Die Doppelten, guter Flow und das jetzt durchziehen. 13 Sekunden, wir gucken mal, könnte passieren. Ach du meine Güte, also die 13, die fallen, die 13, die fallen. Und zwar, nein, nicht die 13, aber 14, 5, 5. Und der 15 Sekunden, der erste in dieser Staffel. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich werde es nie satt, das, was die Sportlerinnen und Sportler bei Ninja Warrior Germany da so abliefern. Es ist wirklich teilweise unfassbar. Wenn ihr eine ganze Folge sehen wollt, eine ganze Staffel, überhaupt kein Problem. Einfach hier, da geht es zu RTL Plus und da haben wir das Ganze für euch vorbereitet. Oder aber kleine, feine, schöne einzelne Videos, die gibt es hier. Kannst du dir nicht ausdenken.